Sally Özcan ist Foodbloggerin, Influencerin, Unternehmerin, Lehrerin und Mama. Auf YouTube folgen ihr mehr als zwei Millionen Menschen. Im Podcast Die Boss erklärt sie, warum man als Unternehmerin oft in die Gegenrichtung laufen muss. Und sie erzählt, wie es nach ihrer Trennung von Ehemann Murat weitergeht. Sally Özcan ist 35 Jahre alt und bezeichnet sich selbst als YouTube-Oma. Denn sie gehört zu den ersten in Deutschland, die mit ihren Back- und Koch-Videos so große Erfolge erzielen konnte. Vor zwölf Jahren ist die Ex-Lehrerin zur Influencerin geworden. Ein Begriff, den sie nicht besonders gerne mag. Mittlerweile bin ich, sind wir mit unserem Unternehmen mehr als das, sagt sie in der aktuellen Folge Die Boss. Ihr Food-Imperium hat Sally Özcan gemeinsam mit Mann Murat aufgebaut. Vor kurzem wurde bekannt, dass das Paar geschäftlich wie privat getrennte Wege gehen wird. Im Podcast erzählt sie, wie es weitergeht und was es in der öffentlichen Wahrnehmung bedeutet, der weibliche Kopf hinter den gemeinsamen Geschäften zu sein. Wäre es Murats Welt und ich wäre rausgegangen, hätte keiner die Frage gestellt, wie der Mann das Unternehmen allein weiterführt. Sally Özcan Ich habe viele kommen und gehen sehen, in den vergangenen zwölf Jahren habe sie viele Influencer. Innen kommen und gehen sehen. Sally Özcan aber hat sich einen Namen außerhalb der YouTube-Welt gemacht. Im Podcast spricht sie über ihren Weg zur Unternehmerin und erklärt, warum man manchmal genau das Gegenteil von dem tun muss, was alle erwarten. 2020 hat sie inmitten der Pandemie einen Flagship-Store in Mannheim eröffnet. Das Geschäft wurde vom Deutschen Handelsverband als Store of the Year ausgezeichnet. Sie sagt, es war eigentlich von Anfang an so, dass ich nie das getan habe, was andere geraten haben. Die Zoller sind, was auch immer wieder in der darle, wenn es nicht ganz gut geht. Das Geschäft wurde vom Deutschen Handelsverband als traps, wenn die Zoller-Kintern wieder weg und liegt. Das Geschäft wurde vom Deutschen Handelsverband als